Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Schlafzimmer. Nummer 6 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Pflanzen sorgen im Schlafzimmer nicht nur für frische, sondern auch für eine beruhigende Atmosphäre. Pflanzen sorgen im Schlafzimmer nicht nur für frische, sondern auch für eine beruhigende Atmosphäre. Ein weicher Teppich im Schlafzimmer macht das Aufstehen am Morgen angenehmer. Ein weicher Teppich im Schlafzimmer macht das Aufstehen am Morgen angenehmer. Unser Schlafzimmer ist der ideale Ort, um sich nach einem langen Tag zu entspannen. Unser Schlafzimmer ist der ideale Ort, um sich nach einem langen Tag zu entspannen. Die Schlafzimmerwand ist mit inspirierenden Zitaten und Fotos geschmückt. Im Schlafzimmer höre ich gerne beruhigende Musik. Im Schlafzimmer höre ich gerne beruhigende Musik. Mein Schlafzimmer ist mit kuscheligen Decken und Kissen ausgestattet. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.